Das hat ja doch gar keinen Damage, wa? Wo ist denn ihr Schaden? Wo ist denn der Schaden? Aaaaaah! No Troll or... Was sind denn die Leute alle so sauer heute? Oh, das ging gegen Smorgel, Leute. Weißt du, vorhin eigentlich Legend or kann man das eher vergessen. Kann man schon spielen. Letztes bin ich in der Wirtschafts-Domatik-Zeiten. Junge, da hab ich auch programmiert. Mit Hello World, Alter. Zwei Hausaufgaben hab ich in der Vorlesung gemacht. Einmal musste ich so ein Programm schreiben, was mir mein Alter in Tagen ausspuckt. Und mein Dozent oder so meinte, er hat noch nie sowas... ...als Code gesehen, was aber klappt. Irgendwie wäre das irgendwie so ein Zehnzeilen-Code, was man hätte machen müssen. Ich hab irgendwie 30.000 gemacht, gefühlt. So, gegen Rell Smorgel. Mein AC ist nicht gestorben, aber er musste cleansen. Der Yi mit dem Kill. Schöne Sache, Harry. Smorgel geht mir irgendwie auf den Sack, Leute. Die Lüge Milf. Wer ist sie denn? Das ist eine Briar. Ich würde jetzt schon gern fighten, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, den Wunsch werden mir die Gegner nicht erfüllen. Das heißt, wir pushen das einfach. Was er da macht, das weiß auch nur Gott. Wolle nicht ran. Oh ja, Solo-XP für mich, würde ich sagen. Kann er das spielen? Der Master Yi macht so weird viel Schaden. Ist so crazy, der Champ. Ja, du hast mich gerade weggepingt aus der Mitte, dass ich runtergehe. Alter, die sind ja viel zu sauer. Die sind alle wirklich super sauer. Oh, noch ein bisschen Schaden, Bruder. Na gut. Lecker, schmecker, klein und rund und schnell in meinem Mund. Der Flash gegen die Wand. Stark. My bad. Jungs, wollen wir das deffen? Äh. Okay. Die braucht noch einen Damage-Punkt, die scheiß Ori. So frech, dass die das hier spielt. Ist doch alles scheiße hier, Leute. Kann wir reden? Wollt ihr denn jetzt fünf Kills her, der Smorgul? Kein Flash. Lecker, schmecker. Ah, die Samira-Carry, das ist kein Problem. Er greed it. Er greed it. Oh, das tut immer weh, solche Flashes, ne? Wir haben schon ein paar spannende dieses Game gesehen. Kann er das noch spielen gegen die Breyer? Wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal, die sind... Beides geile Champions, muss ich sagen. Los vor Turm-Range. Er ist die Oli dumm. Ich würde mich doch hier gerade reinrennen sehen. Was solltest du nicht tun, Li? Na gut. Ja, okay. Die Spieler sind so krass. Ist das geil. Oh, er ist noch hier. Was ist mit ihm los? Nehme ich. Nehme war. Hör mal. Amira kann Carrying, wenn sie möchte. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Hat eine schwere Zeit gegen TF und Breyer. Und Rell. Unstoppbar. Das ist dann leider wohl der Berend für die Gegner war. Unser hier denkt sich, oh, die Botley ist auch schmackhaft. Okay, wir brauchen einen guten Teamfight. Dann können wir das gerne gewinnen. Schade. Oh, wir können gleich mal in einer Runde Thresh spielen, Leute. Habe ich jetzt ewig nicht gemacht. Wäre auch geil. Wir müssen auf dem Account lange noch ein paar Wins rausholen. Ich bin jetzt gleich 1,5, Alter. Maokai Draven. Au. I will be mental. Das ist schon wieder ein normaler Draven-Name. Wenigstens ehrlich. Und wir haben den Toxic Echo im Jungle. Ja, hallo. So. Maokai Draven Matchup stelle ich mir absolut unplayable vor. Und den? Aber die haben natürlich einen bestialischen All-In mit Flash Maokai W auf mich oder so. Der Maokai guckt auch schon so. Der hat so ein Side-Eye auf mich, Leute. Seht ihr das? Der will. Sag ich doch. Alter, ihr lasst sie nicht leben, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Zeit effektiv nutzen. Wir gehen direkt mit. Oh, ich werde mal den Kit zeigen, wer hier der Challenger im Game ist, ne? Die Base weg. Die Base steht gut. Bot no Flashes. Please come again. With Lantern. Okay. Er schreibt einfach okay. Hä? Ich hätte es eigentlich so viel nicht erwartet oder sowas. Na gut. Jetzt wird er gleich nach rechts dodgen, wenn ich komme. Ja, der versucht wegzulaufen. Auch süß. Effektive Zeitnutzung, Leute. Oh nein, der arme. Der muss ja da unten die Botlane annehmen. Hört mich an, Kotz, an seiner Stelle. Der ist gebrochen. Ja, der arme Mann. Ich kann auch hier einfach kurz gehen. Hier nimmt die Pflanze. Ah, so close. Oh nein. Haben wir. Haben wir. So, Toplane sieht auch sehr, sehr gut aus. 3-0. Illegal. Er hat keine Aufenthaltskenehmigung für die Midlane. Oh, sie hat ja doch gar keinen Damage, wa? Was ist denn ihr Schaden? Was ist denn der Schaden? Ah! Wäre ja geil, wenn der Mario mit der Base geflogen ist. Wenn das funktionieren würde, dann ist der Aktion natürlich wieder auf die Botlane ausgewichen. Wäre natürlich lustig, wenn wir jetzt einfach nochmal töten würden, ne? Da wäre schon Comedy... Ach, ist ja auch egal. Shutdown. Das ist auch schon wieder der gute alte Voidiflip, ne? Wie wir ihn in den Fachkreisen nennen. Den Voidus Flipperino. Mit den Mobility Boots da mal ruflaufen. Ah, der hat Angst. Der respektet mich mittlerweile. Oh, da kommt gleich eine ganz bestialische MF-Ult rein. Oh, sie hat gleich erst ab. Das hat gescheppert, Freunde, der Nacht. Besser ein eiskalter Geschäftsmann als ein geschäftskalter Eismann, sage ich immer, ne? Es sind Challengers, wobei das gleiche wie ein normales Support, oder? Ne, wir haben spezielle Ideen, aber ich kann die Türen nicht verraten. Dann werdet ihr alle Challenger. Gar kein Damage. GG. Spielst du zu zweit am liebsten? Äh, Bart, glaube ich. Oh, Leute, jetzt können wir nochmal gucken hier. Oh! Wird nicht, Alter, der Anblick hier. Ja.